So, wir hatten ja schon mal ein Texture Pack, was mehr für nicht anspruchsvolle Computer war. Das hier ist jetzt noch deutlich mehr für nicht anspruchsvolle Rechner. Das ist Simple Craft. Das ist noch simpler gehalten als das letzte Texture Pack, was dafür war. Das ist tatsächlich einfach nur ganz simpel pro Block ungefähr zwei, maximal drei Farben. Und es hat hier auch alles das gleiche Design, also es sind nicht unterschiedliche Erze mit unterschiedlichen Mustern. Das hier ist mal eine Ausnahme, das hat mal ein paar mehr Farben, aber auch hier, wenn man mal näher heranguckt, es sieht tatsächlich einfach nicht unscharf aus, dadurch, dass es so einfach gehalten ist. Das ist natürlich eine interessante Idee. Und auch hier das Bett sind eins, zwei, drei, vier Farben, aber auch nur, weil es über zwei Blöcke geht. Ach nee, die Füße kommen auch noch dazu. Das sind sechs Farben. Ist aber auch nicht viel. Und hier TNT ist auch absolut schlicht. Ach so, da kann man durchkommen. Ah, ich verstehe. Ja. Und besonders bei Lava sieht man, wie einfach das gehalten ist tatsächlich. Gut, das ist natürlich auch wieder eigentlich nur für PCs, die es sonst nicht packen würden. Also Minecraft nicht packen würden. Ansonsten sucht man sich natürlich schöner aus. Ich meine, das hier als Erde zu erkennen, das ist schwer. Es könnte auch eine Truhe sein. Aber es ist trotzdem ganz nett. Und da ist es ja, das ist es sehr traumatisiert. Und da ist es ein paar Äpfel. Und da ist es so, dass wir es nicht packen.